Servus und grüß Sie zum Wetter vom 28. April bis zum 4. Mai für das Tiroler Patznaun. Wir sind in den letzten Atemzügen der Wintersaison 2014-2015 und nach einer grandiosen Saison rockt das Tiroler Patznaun am 1. Mai-Wochenende mit einem fulminanten Saisonabschluss und wir blicken zurück und sehen einen fulminanten Blick auf die Livecam Idalp mit strahlendem Sonnenschein und immer noch genügend und ausreichend Schnee. Und in den Hochlagen wird es am Dienstag noch einiges an Schnee geben. In den Niederungen ist es allerdings zunehmend Regen und hier schmilzt auch langsam der Schnee, damit die Zufahrten ideal sind nochmal für die Wintersportgebiete, denn obendrauf auf den Bergen gibt es eben nochmal den Schnee. Am Mittwoch kommt dann ein Zwischenhoch und dann am Donnerstag und Freitag mit dem Start in den Mai wird es in den Hochlagen noch ein paar Schneefälle geben, um so die letzten Schwünge dann ziehen zu können auf frischem Pulverschnee. Kommen wir zu etwas anderem und zwar zum Seilbahnmuseum. Das befindet sich neben dem Eingang zum Dorftunnel direkt in der Ortsmitte. Der Aufstieg Ischgls zu einem der erfolgreichsten Skigebiete Österreichs ist untrennbar mit der Seilbahn verknüpft. In diesem Museum können Sie eine Zeitreise in die Pionierzeit der Silvretter Seilbahn Unternehmen. Zu sehen sind etliche Objekte und Gerätschaften aus der touristischen Pionierzeit, wie zum Beispiel eine Gondel aus den 1960er Jahren. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Das Museum hat jeden Mittwoch zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet. Und geöffnet hat auch noch das Wetter. Die Wetterküche hier mit einem recht freundlichen Samstag mit nur wenigen Schauern. Am Sonntag werden die Schauer wieder zahlreicher und am Montag wechselt dann die Luftmasse von kühl auf warm und das bedeutet vom Mittelmeer her strömt feuchtwarme Luft zu uns und damit geht dann pünktlich die Wintersaison zu Ende und das Wetter spielt mit. Und das weltbekannte Top-of-the-Mountain-Konzert zum Saisonabschluss rockt am 2. Mai. 30 Seconds to Mars. Auf 2300 Meter Höhe präsentiert die Rockband aus Los Angeles Lieder ihres aktuellen Albums. Um 13 Uhr heißt es für die Wintersportler Skistöcke gegen Luftgitarren tauschen und wenn die Gitarren Riffs und Hits wie City of Angels durch die Silvretter Arena hallen. 30 Seconds to Mars ist bereits einiges gewohnt. Sie stehen längst schon im Guinness Buch der Rekorde. Es ist ja eine Rockband, die ewige Konzerte schon führt und ein Open-Air-Konzert auf 2300 Meter Höhe. Das ist auch für diese Truppe absolut neu. Und das Schöne ist, Sie sind dabei. Und mit diesem wirklich grandiosen Saisonabschluss endet dann auch die Wintersaison für dieses Jahr. Genießen Sie die letzten Schwünge im Schnee, rocken Sie auf dem Konzert und freuen Sie sich auf die bald kommende Sommersaison mit vielen Attraktionen im Tiroler Patznauen. Wir sehen uns. Vielen Dank.